Plumpeti Den wollte ich gleich noch auspacken. Hier ziehe ich die Tasche hin. Hier ziehe ich auch die Tasche hin. Und die Lächer, die ich brauche, wenn ich rausgehe. Und wenn ich hier so schaue, dann habe ich... wird es mir schlecht. Aber ok. Die Platte habe ich nochmals geputzt. Hier. Aber es ist langweilig, wenn du nicht hier bist, so schönes Zuhause zu haben. Und niemand zu mitteilen. Das ist wichtig, das sind zwei Magnete. Und die kommen dann so hin. Und hier drunter das Glas. Hier drunter. Und dann tut sie es dir leben. Da ist noch etwas Zeug, das du hier gelassen hast. Da ist eins da hinten für die Blumen. Da sind Sputzmittel. Da kann man arbeiten auf diesem Tisch, wenn man will. Ja, in deinen Kühlschrank. Da musste ich auch nochmals putzen. Katastrophe. Wenn ich den anmache, deine Lampen. Also ein wenig zack zack. Da hast du noch nichts gesehen. Da ist das Bett. Da ist Mr. Gong. Und wenn ich sitze. Und wenn ich sitze. Auf deinem Schaukelstuhl. Plump. Hocke ich in etwa im goldigen Schnittplisch in der Boxe. Ja, ja. Und da sind die Blumen. Da sind deine Bücher. Werke. Da poste ich eine Gesamtausgabe von Erich Fromms in den Werken. Um deine Leseaktivitäten auf ein neues Level. Niveau zu halten. Schön. Ja. Da lädt das Zeug auf. Der lädt auf. Und der hier. Weiss ich nicht. Äh. Diese Seite. Der macht nichts. Und der lädt auf. Der hat rot. Der hat nichts. Ja. Da ist so Elektrozeug drin. Da sind deine Sachen. Deine Mäntel. Und da kannst du noch mehr aufhängen. Oder weisst der Geier, hat es einfach deine... бы 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 Ja. Und die Wäschmaschine habe ich auch schon angehängt. Jetzt klebe ich es dann hier, damit das Wasser immer so weg geht. Einfach hier ein Kleberchen drüber, vielleicht so. Dann habe ich ein bisschen Spielraum. Damit das funktioniert, musste ich einen Reducer kaufen. Der kann hier und umgekehrt auch so, dort. Hoi. Das WC ist jetzt auch sauber. Also der bleibt, aber ist gleich. Aber vor allem hinter dem WC ist sauber. Ja. Ja. Das wäre dein Wohnen, falls du... Je, geh, denkst du hier mal wieder vorbei gesehen. Und da ist das Gärtliche. Und da? Ja. Ja. Das ist gut. Ja. Das ist gut, huh? Das ist gut.